Wann ich hier sein, hab ich doch viel voll in der Abwehr. Und wann ich komm, wann ich um, wann ich wieder, wieder komm, und wieder, wieder komm, fähr ich ein Mannschatz bei dir. Und dann fangen wir jetzt an den zweiten Preis an. Der zweite Preis geht an den Kuss Miley, der gehört noch ein Mittertuch, ja. Und so heißt das, gespendet, beim Geschenkort, gespendet von einem Pensionistenhelfer. Sehr gut. Danke. So, dann gibt's noch einen, du hast den Pension. Der dritte Preis geht an das Pärchen aus der Abwehr, der sicher einiges daheim mitmacht. Und wir haben damals das auch besuchen. Einige, die hier stolz ist, die hier ist, wenn sie an die Abwehr sind, das ist ja ungefähr draussen. Und das ist ja ein Philips, ne? Gespendet von einer Gisela Tolles. Ich schaue jetzt an, dass es Gründer werden will. So, Frau Hopfres, der Erste, geht an den Mannabuckuckstern rein. Und ich schaue jetzt an den Mannabuckstern. Das ist ein Fischchenkrupp, der Erste. Das ist eine Klapperebeikel, der Erste. Die Schwester, die Wege am Schöpfchen, die Erste erübt, Das ist ja ein 1.000 Buch, wo er noch ein 1.000, 1.000 oder 1.000 oder 1.000, die haben uns gemeinsam mit Männern gebracht. Das ist schon 2.000 Euro, das ist sehr schön. Danke Ihnen vollständig Spender. Danke.